Es geht spannend weiter bei Chaos auf Deponia. Wir sind beim Organ an den Sprengturm angekommen und haben Gold entdeckt. Insgeheim steht sie immer noch auf mich. Das ist so, aber wir haben ja auch noch einen Beamtenkreuzer. Argus will jeden Moment aufbrechen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ja, dann lassen wir die Zeit mal sinnvoll und gehen in den Bombenkontrollraum. Junge, Junge, Junge. Kletus! Wut, 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 Wut! Kletus, was macht er denn da? Bombenkontrollen, tschat, tschat, tschat. Fummelt er etwa an den Bombenkontrollen? Ich fummle an den Bombenkontrollen. Na, das sieht bestimmt nur so aus. Es sieht nicht nur so aus. Ich fummle tatsächlich an den Bo, an den Bi, an den Ba, an den Bo. An den Bombenkontrollen. Dieser, dieser, dieser Bo, dieser Bi, dieser Ba, dieser Bo. Rufus got the groove. Yeah, aber halt. Dieser Verräter. Fummelt er doch tatsächlich an den Bombenkontrollen. Ich muss ihn aufhalten. Oh Gott, das ist so schlecht gemacht. Das ist die Tasche. Und da Goal ist. Nee, das ist nur Donner. Hey! Da ist Donners Fernbedienung. Und die beiden übrigen Datasetten. Ich lege schon mal eine ein. Hm. Goals Fernbedienung fehlt leider. Sie muss ihn noch bei sich haben. Dann starten wir doch mal Donner. Na, welcher ist es? Hm. Kein Bild, kein Ton. Goal? Donner? Irgendwer? Hm. Offenbar ist niemand zu Hause. Kein Wunder. Das Implantat ist ja auch leer. Dann legen wir hier doch mal eine der Tasette ein. Oh, hey! Psst, nicht so laut. Hey! Wir haben ein Problem. Naja, also zwei. Einhalb. Eigentlich drei. Ich habe lange nicht mehr nachgezählt. Was ist denn los? Siehst du diesen Cletus da hinten? Nur verschwommen. Irgendwas ist mit meinen Augen. Huch. Oh, guck mal, Rufus. Ich bin Donner. Ich weiß. Verfüttert ihn an die Haie. Sehr schön. Können wir uns kurz auf das Problem konzentrieren? Klar. Leg los. Cletus ist drauf und dran, mit Lady Goal nach Elysium zu verschwinden. Und jetzt fummelt er auch noch an den Bombenkontrollen. Ich glaube, er will die deponianische Bevölkerung ausrotten. Dann gäbe es nämlich keinen Grund mehr, Deponia zu verschonen. Boah. Fies. Ich kann es kaum glauben. Wir müssen Lady Goal davon erzählen. Könnte schwierig werden, sie zu überzeugen. Probieren geht übersinnieren. Das habe ich von dir gelernt. Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... Ja? Was dann? Vielleicht sollte ich ja besser nachgehen. Nur zur Sicherheit. Darum ist Cletus der Gute und Rufus eben nur... Na, Ladies? Rufus, was tust du hier? Ich weiß, du hast mich vermisst. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Versöhnungsjamjam. Wofür? Hat dir Baby Goal schon alles erklärt? Ich wollte. Aber offenbar habe ich einiges durcheinander bekommen. Lady Goal hat mir gerade erklärt, warum man dir nicht trauen kann. Was? Aber du solltest doch Lady Goal umstimmen, nicht umgekehrt. Ach ja. Das war dein Plan? Ich würde ja sagen, lass dir etwas Besseres einfallen. Aber am Ende verstehst du das noch als Aufforderung. Tue ich auch. Nicht streiten. Keine Sorge, Baby. Lady Goal ist kurz davor, ihren Irrtum einzusehen. Ich habe meinen Irrtum eingesehen. Du bist der Irrtum. Und auch Baby Goal ist nicht ganz so naiv, wie du glaubst. Ah, aber Nanu, ist das etwa ein lustiger Schmetterling da drinnen? Ein Schmetterling? Hui. Wir sind wirklich alle mittelrecht, oder? Ja. This is my way. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawall Goal. Meiner ist es nicht. Hör mir doch erst mal zu. Warum sollte ich? Du hörst mir ja auch nicht zu. Ich gehe mit Cletus. Sei froh, dass ich dir nicht den Organon auf den Hals hetze. Ich gebe dir drei Sekunden, um von hier zu verschwinden. Sieh es als Abschiedsgeschenk. Aber Goal. Eins. Ich. Zwei. Cletus nützt dich nur aus, und wenn du von oben auf meinen Brennen den Kadaver hinabschaust, bist du einiges von dem, was du gesagt hast, sehr bereuen. So. So, und nun? Hm. Vielleicht kann die andere Goal sie überstimmen. Langsam habe ich wirklich genug von diesem verdammten Implantat. Alles okay? Geht schon. Gibt's ne Zusammenfassung? Wir sind in Argos Bombenkontrollturm. Ich glaube, Cletus hat vor, die Sprengung auszulösen. Dieser Miese. Und wo ist Donner Goal? Um genau zu sein, bist du jetzt Donner Goal. Ew. Lady Goal hat deinen Körper und steht draußen auf dem Balkon. Sie glaubt immer noch, Cletus ginge klar. Vielleicht kannst du ja mal mit ihr reden. Auf sich selbst? Hört sie vielleicht. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Zum Glück weiß ich genau, wie man mit widerspenstigen Frauen redet. Das habe ich von dir gelernt. Oh oh. Nein, bitte nicht. Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann, wie ich, dann... Geh sofort nach, Opus. Nein. Vielleicht sollte ich ja besser nachgehen. Nur zur Sicherheit. Das sehe ich auch so. Merkst du gar nicht, wie wenig Sinn das ergibt? Ich hab's doch gesehen, verdammt. Hör bitte auf zu fluchen. Ich hasse es, wenn du das tust. Durch den Gebrauch von Fluchworten wirst du mich wohl kaum umstimmen. Und durch den Gebrauch von Ohrfeigen? Typisch. Wenn dir die Argumente ausgehen, greifst du zur Gewalt. Dem Analphabetentum der Seele. Ich kann dir ja mal zeigen, wie ich Kopfnuss buchstabiere. Zufällig mit T wie Trittleiter? Ladies, ladies. Sowas kann man doch auch friedlich klären. Bei einer fairen Partie bei Clumwrestling. Rufus, ich hätte mir denken können, dass du dahinter steckst. Wir sind wirklich alle mittelrecht, oder? Tja, this is my way. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawalgo. Meiner ist es nicht. Ist schon okay, Rufus. Du musst mir hier nicht helfen. Das ist eine Sache zwischen mir und mir. Kümmere dich lieber um Cletus. Er ist im Moment das größere Problem. Ach ja, da war ja was. So, wo war ich stehen geblieben? Dem Geruch nach zu urteilen in einer Jauchegrube. Was? Alter. Na, warte. Das machen die beiden wohl tatsächlich besser unter sich aus. Wie kann man nur so lange Selbstgespräche führen? Schon irgendwie gestört? Gestört. Aber zurück zu den wichtigen Dingen. Ich muss Cletus aufhalten, bevor er... Äh, Cletus? Wo ist er hin? Jetzt müssen wir mal ganz schnell reingehen. Aber wenn er hier... Dann wollen wir mal schön alles rückgängig machen, was Cletus hier so angerichtet hat. Das sollte nicht allzu kompliziert werden. Immerhin hat er das ja auch hinbekommen. Ah, was ist denn jetzt los? Ein Countdown! Nein, 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 nein! Stopp, 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 stopp! Oh, oh. Das war knapp. Aber wenn das der Countdown war, was hat Cletus dann hier gemacht? Da stimmt doch was nicht. Nein. Cletus, was soll das? Mach auf, du Feigling! Warum sollte ich? Damit du Pfeife mir wieder in meine Pläne pfuschen kannst? Ich müsste verrückt sein. Ja, wie es aussieht, habe ich das ja schon. Immerhin ist es dir nicht gelungen, die Bombe zu starten. Und? Wer ist jetzt der Idiot? Du natürlich, wie immer. Ich hatte nämlich nie vor, die Bombe zu starten. Aber ich hab dich doch gesehen, wie du... Ich wollte die Sprengung sabotieren, Herrgott. Ulysses Plan war der reinste Irrsinn. Ich habe die Halteklemmen blockiert. Der Organon wird nicht riskieren, die Bombe so zu zünden. Der Schaden für den Planeten wäre gering. Nur der Bombenturm würde zerstört. Und bis sie den Fehler gefunden haben, weiß der Ältestenrat längst von der Existenz der Deponianer. Du solltest mir danken. Ich habe dein Volk gerettet. Und dich leider auch vorerst. Mir kommen die Tränen. Du kümmerst dich doch einen Dreck um die Deponianer. Auch nicht weniger als du. Aber ich habe wenigstens kein Problem damit, das zuzugeben. Es geht mir nur um Gold. Aus irgendeinem Grunde hat sie eine Schwäche dafür, dass Deponia seine faire Chance bekommt. Und du kennst mich ja. Für das Lächeln einer Lady würde ich die Welt ins Verderben stürzen. Wahrscheinlich werden die Ältesten die Sprengung trotzdem durchführen. Ich hoffe es sogar. Aber das soll dann nicht mehr in meine Verantwortung fallen. Und seien wir doch mal ehrlich. Mehr hättest du auch nicht für dein Volk getan. Oder? Also, inwiefern bin ich jetzt die schlechtere Partie für Wohl? Und was sollte mich angesichts dessen daran hindern, mit ihr zusammen nach Elysium zu gehen? Hm. Na los. Halt mich auf. Äh. Aber Gott, Huti. Versuch's doch ruhig noch einmal. Beim nächsten Mal. Ist sie vielleicht offen? Verdammt. Wer hat meine Taktik durchschaut? Okay. Kontrollen. Du Schwachkopf. Was tust du? Tch. Ich schalte den Countdown wieder ein. Diesmal ein wenig knapper. Bist du verrückt? Mach das sofort wieder aus. Ja, ne? Ist das hier der Ausschalter? Hoppla. Ach, was bin ich heute ungeschickt. Ich wünschte, es wäre jemand hier drin, der sich damit auskennt. Aber du musst ja leider schon gehen, nicht wahr? Du miese Kanalbazille. So geschafft. Hast du wieder angestellt? Mal sehen. Vielleicht kann ich die Steuerung überbrücken. Ehte, dass das hier klappt. Nichts wie raus und Tür zu. Was tust du? Oh, jetzt fliegen die Feiste. Oh ja, das gefällt mir. Na komm schon, du bist elendig. Kanalratten. Ehte mal. Ja, für mich rüber. Schnapp dir die Fernbedienung! Nein! Hey! Hab sie! Und nun? Ah, jetzt! Aufdrücken! Drücken auf die Fernbedienung! Nicht! Du! Ich... Flezzertüten? Stech den dir auch! Ah! Hab sie! Fehler! Nein! Netter Versuch, Rußschmutz! Man müsste deine Hartnäckigkeit fast bewundern! Eigentlich sollte ich dich töten, aber langsam tust du mir leid! Ohne jede Hoffnung auf ein besseres Leben! Ohne jede Hoffnung! Ich würde dir ja gerne den Gefallen tun, deiner nutzlosen Existenz ein Ende zu setzen! Von alleine würdest du niemals aufgeben! Ein kleiner Tritt nur! Aber das ist leider unmöglich! Du hast da nämlich etwas, das mir gehört! Goal! Ah, welche war das jetzt? Richtige Idee? Falsche Fernbedienung! Okay, gut, danke für die Info! Na, jetzt nimm! Zum letzten Mal, gib mir diese gottverdammte beschissene Fernbedienung! Ich weiß, du brauchst die Aufstiegs-Codes, nicht wahr? Was soll das werden, Schlauberger? Du weißt genau, was ich will! Hier geht es gar nicht um Goal, oder? Verplempere nicht meine Zeit, du Freak! Gib mir jetzt die Fernbedienung, oder wir fliegen alle in die Luft! Die Bombe tickt! Upsi! Nein! Du hirnverbrannter Volltrottel! Ich sollte dich... Goal! Das war ja... Wow! Gut gemacht! Ja, sieht so aus! Ich wollte es wohl einfach nicht wahrhaben, aber offenbar lagst du richtig mit ihm! Warum hat er das nur getan? Ist doch egal jetzt! Hilf mir hoch! Ja, ja natürlich! Aber nicht, bevor ich mich entschuldigt habe! Ich habe dir Unrecht getan! Ich dachte nur... Ich dachte, du würdest mich anlügen! Dabei hätte ich dir von Anfang an vertrauen sollen! Nicht ihm! Hinter meinem Rücken die Bombe zu starten! Unfassbar! Ich könnte niemals mit so einem Lügner zusammen sein! Und trotzdem war das so, oder? Glied, es ist der Lügner, richtig? Ah! Es wäre jetzt offensichtlich, aber... Ist es das jetzt wirklich wert? In so einer Situation... Weiter zu lügen, damit wir der Bessere sind? Äh... Naja... Was soll das heißen? Gibt es noch etwas, das du mir sagen willst? Eine Sache wäre dann... Komm... Wir sind ehrlich... Nein... 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 Ich habe dir doch alles gesagt... Nein... Na, Rufus... Hast du es wieder geschafft, dass sich das Blatt in letzter Sekunde gegen dich wendet? Hm? Ich sagte doch... Du willst gar nicht gewinnen... Zumindest nicht durch Betrug, nicht wahr? Nun... Du hast gut gespielt bis hierher... Aber am Ende kommen die Karten immer auf den Tisch... Ich habe zwei Damen... Ich habe zwei Damen... Was hast du? Ehm... Ähm... 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 Du hast die Mädels gehört... Das Spiel ist aus... Hältst du das hier für ein Spiel? Hältst du das hier für ein Spiel? Es geht hier immerhin um einen ganzen Planeten voller unschuldiger Menschen... Jetzt hör schon auf mit deinem quasi moralischen Blödsinn... Es ging dir noch nie um die Menschen... Es ging dir darum, das Mädchen zu bekommen... Und was, mein Freund, unterscheidet dich dann noch von mir? Vielleicht die Tatsache, dass ich kein arroganter Schnösel bin? Genau... Du bist der schmutzige Underdog... Der Außenseiter aus der Unterschicht... Aber der bist du nur, solange du immer wieder verlierst... Du kannst nicht gewinnen, ohne genauso zu werden wie ich... Genauso wenig wie du auf Elysium leben kannst, ohne Deponia zu zerstören... Es gibt kein Szenario, in dem du gewinnst... Das ist noch nicht das Ende... Das ist noch nicht das Ende... Ich verstehe... Du hoffst auf einen dritten Akt... Der Held läuft auf die Startbahn... Klopft an das Fenster des Hochbootes... Die Sache hat nur einen Haken, Rufus... Du bist kein Held... Du bist eine tragikomische Witzfigur... Und dies ist auch keine romantische Komödie... Es ist irgend so ein selbstreflexiver Independent-Scheiß... Bei dem es am Ende keine Antworten gibt... Kein Happy End... Nur den Blick in das hässliche Spiegelbild... Was zu allem Überfluss dann auch noch den Subtext ausplaudert... Das Chaos kann nicht gewinnen, wenn das Ziel die Ordnung ist... Was? Aber wir haben immer noch die andere Fernbedienung... Ich habe noch die andere Fernbedienung... Dir fehlt noch eine Dame für dein... Full Goal... Die kannst du gerne behalten... Das Spiel ist vorbei... Und der Hauptgewinn reicht mir... Zwei wundervolle, bildschöne Frauen... Eine rechts, eine links... Und ich in der Mitte... Ihre reinsten und nobelsten Eigenschaften endlich wieder vereint... Mehr als genug Goal... Für einen maßvollen Mann wie mich... Du hast nur eine dumme Datacette... Mit Goals geistig-moralischen Kinderkrankheiten... Sie ist ungehobelt... Trotzig... Streitsüchtig... Das komplette Chaos... Wie Rufus... Genau... Vollkommen nutzlos... Ähm... Du weißt schon, dass du da von mir redest, oder? Was denn? Wenigstens bin ich ehrlich... Das gefällt dir doch so an mir... Ja... Ja, du hast recht... Aber es ist ein Teil von dir, Goal... Ohne ihn... Bist du nicht komplett... Das ist uns vollkommen wurscht... Ich habe die besseren Goals... Und die Aufstiegscodes... Wir sollten jetzt endlich den Countdown hochdrehen... Abschalten kann ich ihn ja nicht mehr... Danke, Rufus... Dafür wird die Explosion gerade mal den Turm selbst betreffen... Danke, Cletus... Weil ich ein Gentleman bin... Gebe ich dir und deinen Rebellenfreunden genug Zeit... Euch aus dem Staub zu machen... Das ist doch das, was ihr am besten könnt... Leb wohl, Rufus... Du warst vielleicht kein würdiger Gegner... Aber ich bin ja Kummer gewohnt... Nein! Nein! Das kannst du nicht tun! Cletus! Goal gehört zusammen! Hartet! Ich... Das wird langsam anstrengend hier... Nein! Auch das noch? Nein! Sie haben aufgehört zu schießen! Na, endlich! Du meinst, wir haben gewonnen? Ich weiß nicht genau... Aua! Rufus! Rufus! Alle mal aufgebascht! Es ist Rufus! Hurra! Janosch! Ihr lebt! Natürlich leben wir! Was dachtest du denn? Wir müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden! Der Turm fliegt gleich in die Luft! Dann lass uns schnell alle zusammendrommeln! Vergesst mich nicht! Was? Goal! Goal! Du... Aber... Warum bist du nicht bei Cletus? Tja... So verlockend die Aussicht nach Hause zu kommen auch war... Ich hätte einen wichtigen Teil von mir vermisst! Und Cletus? Ich habe ihn auf der Gangway ausgesperrt! Krawall Goal hätte das sicher... Dramatischer gelöst! Aber ich fand mich auch ganz lässig! Und Cletus hat getobt! Im Angesicht der drohenden Explosionen hat ihm aber eine Goal scheinbar ausgereicht! Apropos Explosionen... Wir sollten keine Zeit verlieren! Aber was ist mit dir? Ich meine, was ist mit deinem dritten Teil? Wirst du Baby Goal nicht auch vermissen? Stimmt! Tja! Ich hab da noch was gefunden auf dem Weg hier runter! Dann ist wie weg! Sie wird es sich noch anders überlegen! Vertrau mir! Herr Botschafter! Es wird Zeit! Der Turm ist evakuiert! Wir müssen unverzüglich los! Ja doch! Ja doch! Ja doch! Ja doch! Tja, viel Spaß! Cletus! Ich wusste übrigens, dass du zurückkommst! Das wusstest du nicht! Wusste ich doch! Ich kann auch wieder gehen! Wirst du aber nicht! Argus' Plan zur Nichte! Und Schluss der Geschichte! Ich hoffe, sie hat dir ein bisschen gefallen! Und wird dich bewegen! Den Stolz abzulegen! Abzuwegen! zwischen Egoismen und Idealen! In Brenzliga Laage geht es um Courage! Und um Schnabeltiere und um die Zugehörigkeit zu opponieren und Untergrundorganisationen Aber es wäre egal, lasst die Koffer stehen, jetzt ist sie zu spät zu gehen Und überhaupt und sowieso, ey, wo soll ich denn wohnen? Bruder, wie wär's mit Eibohnen? Ja, ich gehe mal ganz schwer davon aus, das war Chaos auf der Tonier. Ja, das war's. Ja, das war wie gesagt Chaos auf der Tonier. Endlich ist es mal geklappt, dass ich das Spiel durchspielen kann, durch das Play, ohne dass ein Spielstein mir crasht und so weiter. Bin zwar ehrlich, ich hab's nicht immer geschafft, jede Folge täglich hochzuladen, aber ich hab daraus auch gelernt. Ich mag keine drei Projekte mehr, äh, gleichzeitig. Maximal zwei. Zumindest momentan mit dieser Internetleitung. Also, ich hab schon gemerkt, Upload-mäßig, ich hatte teilweise den ganzen Tag hochgeladen, bis ich dann einfach mal fertig war für zwei Tage. Und das kann's nicht sein. Ich hab teilweise ja noch andere Sachen zu tun, momentan auch noch Bewerbungen und so weiter. Will auch mal ein bisschen Freizeit gönnen, auch mal so ein paar Videos schauen und so weiter. Mal die eine oder andere Runde lol zocken oder auch mal was auf dem Microserver oder sowas machen, aufnehmen. Und da wird Internet nötig sein. Und deswegen sag ich jetzt schon mal, es werden keine zwei Projekte mehr kommen. Ich werd jetzt auf jeden Fall dann demnächst mal anfangen, in den nächsten paar Tagen mit Goodbye Deponia, dass wir die Reihe dann eigentlich mal komplett haben. Ähm, Deponia, du bist ja jetzt bei mir schon jetzt, wo ich das gerade aufnehme. Also, wir haben jetzt gerade den Ostersonntag und Deponia Doomsday ist schon fertig. Es ist schon fertig. Hier, da sieht das, Gun. Hier. Erik Gronkh Range. Berühmter Displayer, für die, die es nicht wissen. Ähm, wo war ich jetzt dran? Ah ja, Deponia Doomsday ist schon fertig hochgeladen und ich fang jetzt in den nächsten Tagen an mit Goodbye Deponia. Werde ich dann wahrscheinlich mal so aufnehmen. Und dann, wenn eins von beiden fertig hochgeladen ist, ich jetzt mal die, das werd ich jetzt in den nächsten Tagen mal anfangen, komplett hochzuladen. Werde ich dann auch schon anfangen mit Deponia Doomsday. Vielleicht werd ich dann mal ein, zwei Tage Pause zwischendurch machen, weiß ich noch nicht. Ach ja. Wie hat euch dieses Spiel eigentlich bisher so gefallen? Okay, was heißt bisher? Jetzt ist es vorbei, aber wie hat euch Deponia Doomsday, Deponia Doomsday sag ich jetzt schon, Chaos auf Deponia. Deponia gefallen, würd mich mal interessieren. Meine Meinung nach, Musik, geil. Geschichte, bescheuert. Aber das macht ein Deponia Teil aus. Rätsel, total bescheuert. Diese Crew, bescheuert ist nicht mehr. Und dann, ganz ehrlich, so generelles Setting, wie es da auf dem Schirm in den Schwarzmarkt und später so auf dem, im Augen- und Hopf-Verwaltung war das hier. Super geil. Ich bin ehrlich, 9 von 10 Punkten. Sagen wir 9,5 Punkte. Da hat mir doch so ein bisschen was gefehlt, aber es war schon geil. Ich würd sagen, ich leg dann jetzt mal hier auf Spielbeenden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Checket euch auf. Tschüss. Vielen Dank.